Was geht runter? Nee, ich will doch vorne mal gucken, mir ist da richtig gefallen. Wir müssen halt noch mal ne kleine Abbiegung machen. Guck das mal an! Was ist denn das? Ich will gleich wieder loswerden. Boah, jetzt ist aber richtig. Ich denke sich auch, was wollen die Hartnacken denn von mir, ey? Hallo, wie schön Sie machen. Es war so erfolgreich. Ich muss jetzt noch ein paar Vゴren hab. Dann geht's. Dann geht's. Dann gehen wir an, da sind wir an! Dann geht's.